Nuri! Nein! Nuri! Das ist schon... Das ist gegen die Regeln. Zorc. Geht gar nicht. Ja! 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 Geht ja gar nicht. Kohler und so weiter. 2002! Geht gar nicht. Ja! Scheiße, geht gar nicht. Das ist der Erste, der mir eingefallen ist gerade. Jetzt ist Marco dran. Der Zorc! Ich denk so, hä? 2002? Ailton. Lewandowski. Aubameyang. Wolfsburg, ja. Wahrscheinlich Dzeko oder Caffiche. Bayern, Elba. Amoroso. Amoroso, Caffiche oder Dzeko. Dzeko. Jetzt wird's schon eng. Jetzt wird's schon eng. Jetzt wird's schon eng, glaub ich. Du hast Dzeko gesagt? Mhm. Ah, ich weiß noch einen. Ja, warte, warte, warte. Boah, mit Zeitdruck. Wieso mit Zeit jetzt auf einmal? Ja, wir haben nicht eben Zeitdruck. Klose. Klose wollte ich sagen. Dortmund. Barca. Also komplette Gruppenphase, ne? Nikosia. Wie kommst du jetzt auf Nikosia? Haben wir doch in der Gruppe gehabt. Hä? Letztes Jahr. Ich muss strukturieren, 10. City. Tottenham. Juventus. Madrid. Achso, Real Madrid. Atletico. Real Madrid hab ich schon gesagt. Atletico hab ich schon gesagt. Hey, Bruder. Warte, ich muss mich sonst Bayern. Ah, es ist Rom. Was hat er denn schon gesagt? Paris. Oh, der war gut. Jawohl. Du musst ja merken, welche ich auch gibt. Das ist ja das Problem. Ich muss zurückrechnen, Mann. Monaco. Liverpool. Alter, der war gut, ey. Ich muss direkt nachlegen. Danach brauch ich noch einen. Nuri! Nein! Nuri! Das ist schon... Das ist gegen die Regeln. Pijiktas. Pijiktas. Scheiße. Nur weil der Nuri gesehen hat. Pijiktas. Also es muss ja auf jeden Fall noch ein Portugieser dabei sein. Allerdings weiß ich nicht, ob Porto oder Lissabon. Ich sag Porto. Benfica. Habe ich dir einen Tipp gegeben. Scheiße. Ich bin auf Plämmer. Da musst du auf jeden Fall ein Holländer dabei sein. Ich sag auf jeden Fall einfach mal Moskau. Der einer von den beiden natürlich. Hahahaha. Hahahaha. Darf ich kurz... Ah, nee. Dann sag ich ja die anderen. Hahahaha. Du musst mir jetzt schauen. Ja, Moskau rein! Hahahaha. Vier. Drei. Zwei. Z. 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 Steck mich am Arsch. Ajax. Ich nehme Ajax. Alter! Deutschland. Russland. Brasilien. Südafrika. Südkorea. 98. 98 war doch auch wieder in Frankreich. Scheiße. 94 und 90. Ben. Ich würde Frankreich sagen. Italien. Seit wann? Österreich. Frankreich. Hamburg. Waldhof Mannheim. Nein, klar haben die Bundesliga gespielt. Waldhof Mannheim. Gib mir die Trophäe. Du brauchst die Trophäe. Zork, wo warst du denn so 2-2? Wer hat das Tor gemacht gegen Bremen? Zum 2-1? Ich hab gewonnen, Marco. Sag doch Nummer! Ich hab gewonnen! Jetzt müssen wir hier wieder Fragen stellen. Everton. Everton.